Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Holyland Cosmo C1 und das ist eine Videofunkstrecke. Das heißt, ich kann hier ein Videosignal, das zum Beispiel per HDMI oder auch SDI in den Transmitter kommt, an einen weit entfernten Empfänger senden und dort dann auch entsprechend anzeigen lassen. Ja, was ist mein Anwendungsbereich? Es kommt immer öfter vor, dass ich jetzt auch Events filme und da ist dann die Anforderung oft, dass ich quasi mit einer Kamera unterwegs bin und die andere ist so ein bisschen stationär und filmt vielleicht zum Beispiel in einem Konzert oder irgendwie sowas. Und als One-Man-Show, wenn man die im Blick haben will, was filmt die, ist es sehr, sehr praktisch, wenn man dann quasi einen Monitor bei sich haben kann, wo das Signal dieser Kamera bzw. das Bildsignal dieser Kamera ankommt. Der zweite Anwendungsfall, den ich persönlich habe, ist, dass das Ganze ebenfalls über USB das Videosignal ausgeben kann und somit kann man das Ganze als Webcam oder eben, ja, als Streaming-Cam nutzen. Das heißt, ich brauche kein Kabel bis zum Computer legen, sondern kann direkt von dem Empfänger hier dann das Ganze in den PC oder in den Mac einspeisen. Das zeige ich nachher noch kurz. Ja, ich würde mal ganz kurz loslegen, was man hier alles bekommt. Und wie man sehen kann, gibt es da ein wunderschönes Hardcase dazu, also richtig schön robust, so dass, wenn das Ganze mal runterfallen sollte, innen nichts beschädigt ist. Und dann muss man ja sagen, wenn man sich das mal anschaut, das Design ist schon mal ziemlich cool. Ja, das sieht alles sehr aufgeräumt aus, schön symmetrisch. Darum soll es natürlich aber jetzt nicht großartig gehen, aber ist auf jeden Fall eine Sache, die mich schon sehr positiv überrascht hat, als ich das das erste Mal geöffnet habe. Ja, die Hauptgeräte können wir gleich zeigen. Das ist hier der Empfänger, hat hier ein schönes kleines blaues Logo. Und das hier ist der Transmitter, also die Sende-Einheit. Ansonsten ist hier noch ein kleines Kästchen drin, da ist ein Adapter, um das Ganze an der Steckdose anzuschließen, mit dabei. Das ist jetzt was, was ich seltener, ehrlich gesagt, benutze. Und dann unter diesem Schaumstoff hier verbergen sich dann die ganzen, ja, die ganzen Zubehörteile. Und da haben wir einmal solche sogenannten Pilzantennen, da komme ich nachher noch dazu, wofür die gedacht sind. Davon gibt es zwei Stück. Und dann bekommen wir viermal diese Standardantennen hier. Ja, die Antennen kann man jeweils beim Sender und Empfänger dann hier oben, sind so kleine gelbe Käppchen. Da kann man das Ganze dann einfach draufschrauben. Und das sind schon ganz ordentliche Antennen. Also das heißt, hier haben wir wirklich keine Probleme mit dem Funksignal. Ich komme nachher noch dazu, was die Reichweite ist. Die kann man auch noch so ein bisschen, ja, biegen, dass sie nicht im Weg sind. Also ordentliche, professionelle Antennen. Wie gesagt, davon gibt es vier. Dann, um das Ganze zu halten, gibt es so einen kleinen Magic Arm. Das werden die meisten schon kennen, den man auch auf einen Blitzschuh dann drauf machen kann. Es gibt noch einen weiteren kleinen Blitzschuhadapter. Und um das Ganze zu befestigen, haben wir an der Unterseite das ganz typische 1,25 Zoll Gewinde. Es gibt noch einen kleinen weiteren Adapter. Das ist dieses hier, der hat auch ein 1,25 Zoll Gewinde. Den kann ich dann auch einfach auf die Vorderseite hier draufschrauben. Das heißt, wenn ich das flach quasi montieren will, dann kann ich das mit diesem Adapter auch so tun. Ansonsten, wie gesagt, kann man es hier unten ins 1,25 Zoll Gewinde eben reinschrauben. Ja, dann gibt es noch einen kleinen USB-C auf USB-A Adapter. Der ist ganz einfach dafür da, wenn man hier die Firmware von dem Ding aktualisieren will. Dann kann man das darüber machen. Also kann man dann einfach hier einstecken, andere Seite in den Mac zum Beispiel einstecken oder in den PC einstecken und kann dann hier ein Firmware-Update machen. Das habe ich auch schon gemacht. Das war gar kein Problem, hier ein Firmware-Update durchzuführen. Ja, kommen wir kurz zu den Spezifikationen von dem Cosmo C1. Es sendet im 5,1 bis 5,8 GHz-Bereich und wir haben hier eine Latenz von 0,04 Sekunden. Das heißt, wir haben hier eine 4 hundertstel Sekunden oder 40 Millisekunden Latenz. Das heißt, die Verzögerung von der Übertragung zwischen dem Sender und dem Empfänger hier ist gerade mal 40 Millisekunden. Und das ist ein großes Thema, was für viele sehr, sehr wichtig ist und was es auch von den günstigeren Modellen, zum Beispiel dem Mars 400 oder Mars 400 Pro unterscheidet. Die haben eine Latenz 0,2 bis 0,4 Sekunden. Das heißt, wir haben hier dann 2 bis 4 Zehntel Sekunden. Und das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer als 40 Millisekunden oder ja auch 4 hundertstel Sekunden. Also das ist Faktor 10. Ja, und das ist was, was besonders im professionellen Bereich sehr, sehr wichtig ist. Wenn man jetzt eine zweite Person zum Beispiel hat, die für einen den Fokus von der Kamera regelt, dann will der natürlich auch eine Anzeige haben und der braucht eine sehr, sehr latenzarme Übertragung, weil den Fokus, ja, wenn der eine halbe Sekunde sozusagen Verzögerung hat, dann wird der den Fokus nie so gescheit einstellen können. Also das ist einer der großen Themen, warum das hier ein definitiv ein Profi-Gerät ist. Das zweite große Thema ist schon mal die Qualität von den Dingern. Also das ist komplett Metall hier wirklich sehr, sehr robust gebaut. Also da hatte ich überhaupt keine Sorgen. Wenn das Ding wirklich mal runterfallen sollte, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas kaputt geht. Es hat einen ganz, ganz kleinen und sehr, sehr leisen Lüfter mit eingebaut, beide Geräte. Das heißt, sie werden zwar warm, aber nicht übermäßig warm. Die Anschlussmöglichkeiten. Sende-Einheit haben wir einmal HDMI-Eingang natürlich. Das heißt, von der Kamera zu der Sende-Einheit geht ein HDMI-Kabel. Oder alternativ SDI, auch wieder ein Profi-Merkmal. SDI wird von sehr, sehr vielen professionellen Videokamera als Videoausgangssignal verwendet. Wir haben auch auf der Sende-Einheit schon einen SDI-Ausgang wieder. Das heißt, wenn wir dann zusätzlich da noch einen Monitor haben, dann können wir hier SDI rein und SDI-Loop wieder raus auch haben. Also wirklich eine tolle Sache. Insbesondere auch für professionelle Produktion ist es sicherlich sehr, sehr wichtig, weil da hat man ja an der Kamera oft gar keinen integrierten Bildschirm, sondern braucht einen externen Bildschirm. Das heißt, das Signal geht da rein und gleichzeitig auch wieder raus. Das einzige Mini-Nachteil oder was heißt Nachteil, das sollte man beachten. Man kann hier nicht HDMI-Eingang und dann hier SDI-Ausgang wählen. Also es gibt kein HDMI-zu-SDI-Loop-Signal. Ganz wichtig. So, dann haben wir die Empfangseinheit. Die hat natürlich dann HDMI-Ausgang. Klar, der geht zum externen Monitor, Rekorder, was auch immer. Und wir haben wieder zwei SDI-Anschlüsse. Auch hier haben wir einmal SDI-Out 1 und SDI-Out 2. Das heißt, auch da kann man jetzt zum Beispiel zwei Monitore anschließen, einen Rekorder und einen Monitor anschließen, was auch immer. Also den Wünschen sind da keine Grenzen gesetzt. Beide haben unten noch einen Eingang für Strom. 6 bis 16 Volt kann man da. Also auch eine gute Spanne haben die beide. Und beide haben auf der Rückseite hier einen Anschluss für diese ganz typischen Sony NPF-Batterien. Was ich sehr, sehr schön finde, das hier sind ja die typischen NPF-Batterien. Das ist jetzt quasi die mittelgroße, wenn ich die hinten drauf habe. Erstens klickt sie ein. Das heißt, das Ding ist dann auch definitiv fest. Die Batterie ist ein bisschen vom Gehäuse weg, sodass die Luft zirkulieren kann, weil hinter der Batterie ist dann der Lüfter. Und die Einheit hier passt, so wie sie ist, mit der Batterie dran auch noch in den Koffer rein. Da ist eine extra Aussparung dran. Mit den ganz großen NPF-Batterien passt es leider nicht in den Koffer rein. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, dass der dann so groß ist. Aber persönlich benutze ich sowieso nur diese kleinen oder mittelgroßen. Auf der anderen Seite des Senders haben wir hier ein kleines Display, wo er mir zeigt, in welchem Kanal er ist und was er für ein Videosignal empfängt und ob er eben verbunden ist mit der anderen Einheit, Batteriestatus und so weiter. Dann haben wir hier eine kleine Wippe, wo man kleinere Einstellungen vornehmen kann und eben einen Ausschalter. Ganz ehrlich, Einstellungen habe ich gar keine vorgenommen. Das Ding ist Plug and Play. Ich stecke ein, mache beide Anheiten an und habe direkt eine Übertragung. Zu guter Letzt hat es auch noch einen USB-Anschluss. Erstens ist der dafür da, Firmware-Updates zu bekommen und man kann auch das Teil über USB mit Strom versorgen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Batterie habe, die auch einen USB-Ausgang hat, dann kann ich daran das direkt anschließen, brauche keinen extra Akku mehr hier einstecken. Man braucht dafür 5 Volt, 2 Ampere. Das heißt, die ganz, ganz Schwachen werden das nicht packen, aber mittlerweile gibt es eigentlich sehr, sehr viele Powerbanks zum Beispiel, die die 2 Ampere problemlos können. Das Gleiche haben wir auch bei der Empfangseinheit. Und da ist eben nochmal, ja, ich sag mal, der Zusatz, dass die USB-Verbindung auch dann eben als Videosignalausgang geht. Gleichzeitig Stromversorgung und Videosignalausgang. Das heißt, auch da braucht man keine zusätzliche Batterie. Wenn ich das Ding in mein MacBook einstecke, dann klickt das gleichzeitig Strom und gibt dem MacBook ein Videosignal. Also eine tolle Sache und das alles funktioniert einfach tadellos und ohne irgendwelche, ja, gebastelt, sag ich mal. Die Übertragungsreichweite ist bis 300 Meter, allerdings bei Sichtkontakt. Bei Videosignal ist sehr, sehr wichtig, dass man Sichtkontakt hat. Sonst, ja, ich sag mal, ich hab's mal im Keller ausprobiert und bin mal auf den höchsten Teil meines Hauses gegangen hier. Da hatte ich schon ab und zu Verbindungsabbrüche, da sind dann aber auch echt viele Wände dazwischen. Ich hatte das aber auch mit den Standardantennen gemacht. Wenn wir bei den Antennen sind, auch gleich dazu ein paar Worte. Es werden vier Standardantennen mitgeliefert. Die Standardantennen sind dann wichtig oder werden dann genutzt, wenn Sender und Empfänger auf der gleichen Höhe sind, also in der horizontalen, auf der gleichen Ebene sind. Wenn ein Unterschied in der Höhe besteht, dann sollte man diese Pilzantennen hier nutzen. Die kann man einfach oben aufschrauben. Wichtig, die Pilzantennen kommen dann auf der Sendeeinheit. Einfach hier oben drauf geschraubt. Auch die sind dann noch so ein bisschen, ja, kann man auch noch so ein bisschen hin und her biegen. Und die sind dann dafür da, dass man eine bessere Übertragung hat, wenn ein Höhenunterschied bestehen sollte. Für die Empfangsinheit gibt es jeweils auf jeden Fall nur diese Standardantennen. Aber das reicht auch, weil der hier ja die Höhendifferenz schon überbrückt. Das heißt, ich kann die dann einfach anschrauben und habe dann eine top Übertragungsqualität. Ja, und in meinen Tests ist es tatsächlich so, ich habe jetzt mal auf 70 Meter getestet. Mehr habe ich da gar nicht ausprobiert. Brauche ich auch selten, dass ich wirklich deutlich über die 100 Meter gehe. Es gibt einige YouTube-Tests schon dazu, die zeigen, dass diese 300 Meter tatsächlich funktionieren. Und es ist auch wirklich so, die Übertragungsqualität ist hervorragend. Ich habe überhaupt keine Ausfälle bisher gehabt. Ton und Bild werden sehr, sehr sauber übertragen. Auflösung, die das Ganze übertragen kann, ist Full HD. Das heißt 1080p, maximal 60 Bilder pro Sekunde. Es kann also keine 4K-Auflösung übertragen werden. Man sollte auch bei dem Teil dann, also wenn man die Kamera angeschlossen hat, in der Kamera einstellen, dass sie ein 1080p-Signal ausgibt. So muss die Empfangseinheit bzw. die Sendereinheit hier nichts runterkonvertieren oder, 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 sondern direkt ein 1080p-Signal rein. Und dann kommt es auch sauber am Empfänger wieder an. So, ich habe das Ganze jetzt angeschlossen an die Kamera und hier eben auch an meinen kleinen externen Monitor. Und wenn ich das Ganze mal umdrehe, kann man jetzt sehen, dass das Bild einwandfrei übertragen wird. Er sagt jetzt hier auch im Display 1080p 30. Also das genau, was ich auch als Videosignal an den Empfänger und an den Sender bzw. nur an den Sender natürlich ausgebe. Das funktioniert also, wie gesagt, hervorragend. Ich muss hier gar nichts einstellen. Ich tue die HDMI-Kabel rein oder eben, wenn ich SDI nutze, die SDI-Kabel und schalte einfach die beiden Einheiten kurz ein. Nichts einstellen. Mein Videosignal ist sofort da. Funktioniert tadellos und ich kann mich dann selber hier wunderschön am Monitor sehen. Was ich jetzt noch kurz demonstrieren würde, ist das Ganze auch als Webcam zu benutzen bzw. nicht als Webcam, vielleicht auch als Streaming-Cam oder eben einfach als an den Computer angeschlossene Kamera. So, jetzt habe ich das Ganze einfach an mein MacBook angeschlossen. Das heißt wirklich einfach nur das USB-C-Kabel hier rein und ins MacBook rein. Das heißt, dadurch bekommt die Einheit jetzt auch ihren Strom. Ich habe keinen weiteren Akku oder sonst irgendwas angeschlossen. Das kann ich dann einfach daneben legen und habe jetzt zum Beispiel hier OBS gestartet. Kann das Ganze dann einfach als Videoaufnahmegerät, nennt sich UVC-Kamera 0, dann kann ich das Ganze hier öffnen und habe dann direkt ein Bild. Also auch für Streaming ist das Ganze sehr, sehr interessant und dieses Jahr wird es von mir auf jeden Fall auch wieder neue Livestreams geben und da werde ich das Ganze verwenden, weil Streams ist sonst bei mir der totale Kabelsalat hier in meinem kleinen, feinen Büro. Und da bin ich natürlich froh, wenn ich ein Kabel weniger habe bzw. ein Kabel weniger auf dem Boden liegen muss, das von der Kamera dann zum Rechner geht und, und, und. Ich brauche auch keine Capture-Card, nichts. Das ist quasi alles integriert. Es wird einfach ganz einfach von dem Teil direkt aufs MacBook als Videosignal ausgegeben. Ja, Zusammenfassung zu dem TIS Cosmo C1 ist ein Profi-Video-Übertragungsgerät, Funk-Übertragungsgerät. Es hat eine sehr, sehr niedrige Latenz. Es haben andere Kanäle schon getestet, also die 0,04 Sekunden, die passen tatsächlich. Man muss auch bedenken, HDMI selber hat auch noch teilweise Latenzen. Also es ist nicht nur die Funk-Übertragungs-Latenz, sondern auch von den Kabeln jeweils gibt es natürlich noch mal Verzögerungen, die davon ausgehen. Also es sind dann nicht 0,04 Sekunden in der Praxis. Aber die Funkstrecke verlängert das Ganze jedenfalls nicht mehr. Insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Die Qualität ist toll. Ich hatte keinerlei Ausfälle der Übertragung. Ich hatte keine Probleme bei der Einrichtung. Firmware-Update aufspielen hat auch einwandfrei funktioniert. Es hat allerdings jetzt für mich keinen Effekt gehabt. Davor und danach war alles gut. Das Videosignal von meinen Lumix-Kameras wird einwandfrei übertragen. Und ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten Strom anzuschließen. Das heißt, ich kann es an die Steckdose anschließen. Ich kann Akku reinmachen. Ich kann es über das USB, über den USB-Port hier nutzen. Also auch das wunderbar. Ja, ich habe eigentlich fast keine Nachteile gefunden. Außer natürlich, dass das Ganze als Profi-Gerät preislich doch nicht gerade günstig ist. Man bezahlt hier einfach die bessere Qualität der Übertragung. Man zahlt hier auch die bessere Bauqualität. Also es ist nicht aus Plastik oder so. Es ist, wie gesagt, hauptsächlich aus Metall. Es hat einen kleinen Lüfter, der sehr, sehr leise ist und und und. Insgesamt bin ich absolut überzeugt von dem Ding. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe das Ganze auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Also gerne mal anschauen. Und ich würde auch gerne von dir hören, hast du sowas schon mal in Erwägung gezogen? Vielleicht auch natürlich die günstigere Variante, Mars 400, Mars 400 Pro. Die würde ich auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Es braucht ja nicht jeder diese geringe Latenz, sage ich mal. Sondern es kann ja auch sein, dass hier eine etwas größere Latenz kein Problem ist. Auf jeden Fall würde es mich mal interessieren, was vielleicht eure Anwendungsfälle für so ein Gerät sind. Da gibt es ja sehr, sehr viele. Wie gesagt, bei mir ist es das Thema Streaming und das Thema One-Man-Show auf bei Videoproduktion, wenn ich tatsächlich doch zwei Kameras gleichzeitig nutzen will und die eine einfach so ein bisschen im Blick behalten will. In diesem Sinne, bei Fragen oder Anregungen gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!